UNTERTITELUNG Hallo? Hallo? Es ist fast so, als würden Sie sich selbst anschreien, um aufzuhören. Die Infizierten sind extrem gefährlich. Suchen Sie sich einen sicheren Ort und bleiben Sie dort. Sie sind hier drin. Ich komm zu dir. Auf den Straßen sieht man immer mehr Menschengruppen, die sich wehren. Wir wollen Sie nicht dazu ermutigen. Und es ist wirklich sicher da? Ja, ja, der Kühlschrank war gegen die Tür geschoben. Aber wenn niemand da drin ist, wie kommt dann der Kühlschrank vor die Tür? Sie schreien nicht. Du auch nicht, aber da ist Blut da dran. Oh, ich habe mich an etwas geschnitten. Mit wem hast du da vorhin gesprochen? Ich spreche jetzt manchmal mit mir selbst. Und hast du schon jemanden umgebracht? Wenn wir so lange wie möglich durchhalten, werden Sie alle irgendwann verhungern und sterben? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sehe das anders. Jedem, der das hier überlebt, müssen unverzeihliche Dinge vergeben werden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren.